Leute, was geht auch willkommen zum T-Party Simulator 2014 und ähm... Frohes neues Asiatisches Jahr an der Asiat... Ja, ich habe heute auch Neujahr... Ähm... Ja... Ich wüsste ja... Ich bin Asiate... und feiere das mit Drachen und so Zeug... Die Leute... Ähm... Ja, Drachenkostüme haben und wirklich so... Ninja-Bus machen... Ja, ähm... Aber... Lassen wir das... Lassen wir ein Thema mal sein... Ähm... Wir spielen hier einfach mal... So, hey, Herr Teddy, möchten Sie so ein Stück Kuchen haben? Ich denke, Sie mögen ja Kuchen, oder? Ähm... Ich schneide mal ein Stück mehr für Sie... Upsala... Oh... Das tut mir ja fürchterlich leid... Ich gebe... Ihnen... einen Teller... Äh... So... Ja, was? Was habe ich mir überhaupt falsch gemacht? Äh... Äh... So... Ich habe ein Stück Kuchen für Sie... Herr Teddy... Ja... Ganz gut, oder? So... Oh... Was haben wir hier... Drin? Äh... 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 Meine Hand... Aua... Äh... So... Ich... Serviere Ihnen Tee... Mh... Zuerst, äh... Äh... Ja... Ich mache das falsch, umgekehrt meine ich... Aber egal... Das ist heute mal sehr special von mir... Das ist so... Ähm... Ja... Meine Art, wie ich Tee serviere... So... Und... Ähm... Ja... Das ist ein wenig zu viel... So... Ähm... Ja, was? Ich... Good grief... Are you drunk or something? Nö... Bin ich nicht... Oh... Ah... Ah... Ich habe eine Scherbe... In meine Hand bekommen... Egal... Ich mache das alles für Teddy... So... Oh... Scheiße... Äh... So... Ja... Ähm... Ich hoffe, sie sind glücklich... Damit... And I... Fear... You weren't fancy enough... Ich bin fancy genug... Wählen mir mal... Die weibliche Hand... Mit Scham... Und so... Ich habe das Spiel einmal... Durchgezockt... Ich habe mich so sehr verschrocken, weil... Ich zei... Ich werde euch zeigen was da... Ab... Hä... What... What the fuck... Was hier abgeht... Iiii... Fisch... Ich hasse Fisch... Das mache ich nicht... Das ist jetzt nicht wirklich absichtlich... Ich weiß nicht wieso das passiert... Egal... Hier... Fisch... Und jetzt weg... You buffen... You buffen... You buffen... Buffen... Oh... Hä? Sollte wo... Sollte wo... Doch was passieren... Oder? Hä? Warte... Ich probiere es mal... Ha! Oh... Ähm... What? Der hat sich bewegt oder so? Oh... Nee... Ja... Das Spiel ist ziemlich creepy... Ich meine... Hier im Hintergrund ist alles... So... Schwarz... Und... Der Teddy... Kommt mir bekannt vor... Woah... Habt ihr das gehört? Das ist ziemlich creepy... Ähm... Das erinnert mich irgendwie an... Ähm... Wie nennt man das nochmal? Nee... Warte... Warte... Da... Der... Der ist schonmal ja irgendwo vorgekommen... Der Typ dort... Ähm... Im... Im Black Ops... Ja... Da gibt es doch einen Teddy... Der hat sich in Luftjagd... Ja... Ja... Ich grüble deine Nase... Ich grüble deine Nase... Für dich... Äh... Yo... Ich beschwöre hier einen Fisch... Juu zu... Des vertrauten Geistes... Ho... Ho... Yo... Gibt es einen grüssen Fisch... Wenn ich... Den da... Aufm Tisch lege? Woah... Das ist ziemlich schwer... Ähm... Ich sage... Du bist richtig... 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 Und... Settle this... Ja... 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 Äh... 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 Okay... Alles funktioniert nach Plan eigentlich... Ich meine... So... Und dann... Cake Slice... Äh... Erst können wir hier... Tee machen... Tee... Und... Ähm... Das nehmen wir schnell hier... Oh... Was ist denn... Teebeutel... Egal... Ähm... Möchten Sie... Äh... Was kann ich hier... Ach so... Hier ein Stück Kuchen... Wir schneiden Sie... Mit der Gabel... Mann... Sie wissen ja... Es ist zu mainstream... Ein Messer zu schneiden... Ähm... Lol... Noch mal diese gruselige Sound... Hm... And you were... So certain... That having a few drinks... At a bar... Ähm... Beforehand... Was a good idea... Little girls... Grandmas and fancy... People everywhere... Are probably now... Protesting your tea parties... Shut the fuck up... Sag ich nur dazu... So... Nochmal... Die letzte Runde einfach... Ah... Da gebe ich sehr viele Mühe... So... Ich mache das... Was ich... Gesehen habe... Ich mache... Ich nehme hier... Scheiß Gucken... So... Hey... We are mad here... What? You are mad? We are mad... I'm mad... You mother heaven... Come here... You made to... You made your guests so angry... That day... We are laid a gun down... After our... Murder's... Rampage... What the fuck... We can keep... What just happened... Between... Tattoo of us... So... Das war's gewesen... Ich weiß... Ich habe nur Unsinn getrieben... Doch es hat sich so gelohnt... Und... Und wirklich... Ähm... Ja... Wenn... Wenn... Wenn ich weiter... Also... Wenn noch... Mehr... Ähm... Dings... Simulator... Spiel... Simulator... Games... Haben wollt... Schatz in die Kommentare... Und... Ähm...